Hallo, ich bin die Stefanie. Ich war gerade beim Gebärmutterreinigungsritual bei der Eila und es war der Wahnsinn. Es war total cool. Meine Gebärmutter ist so entspannt und so leicht und so frei und ich will mehr. Ich werde gucken, dass ich noch andere Kurse bei ihr besuche. Es war der Wahnsinn. Danke.